Hallo und herzlich willkommen liebe Minecraft Community ja wir haben uns überlegt mal etwas Neues zu spielen und deshalb spielen wir jetzt eine Adventure Map heute wieder bei der Kevin mein Bruder ja ja hallo Prozent ja wir legen dann gleich mal los es gibt hier nichts spezielles glaub ich mal da gibt es noch ein Readme aber das das doch ich bin für das Spiel muss und es gibt Spielmodus wurde geändert so ein Prozent okay Tieter Schuhen ich denke ich nicht zu viel zu erklären wir gehen einfach mal weiter hier gibt immer Kuchen also ich hab schon mal ein bisschen getestet wie das so aussieht hier um ist ziemlich cool die Map heißt übrigens 241 ich weiß nicht genau für was das steht viele werden es vielleicht auch kennen ich glaube das heißt auch forever together oder so keine Ahnung auf jeden Fall müssen wir beide hier jetzt raufstehen dann geht die Türen hier auf und jetzt ist es so stehe du mal auf die Druckplatte hast du gesehen jetzt kannst du weiter springen ja genau so so äh die muniz das setzten decript dein Schilder ja das schon so dann geht sie gleich weiter okay ich habe so gehört am Es gibt hier und glaube ich 150 Lärmdel und wir sind jetzt beim zweiten also wir machen fortschritte ja es wurde mir so gesagt so 88 stunden gut acht stunden sind wir am spiel ungefähr das muss man hier machen okay komm mal rein hier irgendwo geh mal auf eine druckplatte gewartet jetzt noch mal weiter jetzt kann ich hier rauf warte ich will mal sehen was hier unten ist nee warte ich weiß dass hier zu tun ist jetzt auf die dritte jetzt kann ich hier aus der Kiste 2 Blätter rausholen die stecke ich hier in diesen Spender rein jetzt kannst du da rüber gehen und die rausholen warte mal wir kommen die gerade nicht der Musik und Knopf drücken ist so was soll denn wahrscheinlich hier ja noch mal und die ganze jetzt auf die Holzplatten legen hier dann sollte das gehen beide ja und jetzt glaube ich auf die dritte draufstehen oder so irgendwie auf die dritte Druckplatte draufstehen oder nee 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 sorry du musst doch drauf jetzt kannst du hier jetzt erst den und dann den anderen und jetzt gehen kommt so jetzt können wir hier weitergehen und es ist schon wie das weiß man immer und immer wenn du Kuchen siehst immer was essen da mache ich schon weil ja so wird ja gar Kuchen so so rein hier und weiter geht's ah dass das ok soll ich auf die druckplatte stehen ja du musst jetzt hier draufstehen ok und jetzt musst du ja jetzt hast du verpasst du bist du scheiße ja ich hab's nicht gecheckt ok warte 1 2 3 ja genau so und jetzt müssen wir schauen du kannst hier drauf gehen und dann aufpassen wir müssen wir müssen hier drüber kommen was war das für ein scheiß sich schon hier oben ja du musst jetzt trotzdem runterkommen weil sonst komme ich nicht weiter aber nicht hier ah geh da vorne hin da kannst du die andere Druckplatte betätigen ja du schnürst dann habe ich nicht gedacht so noch mal 1 2 ja mach einfach so und jetzt oh was machst du war das so knapp ok warte jetzt warte mal ich hab hier vielleicht eine andere Idee ok das geht das müsste eigentlich gehen auch wenn es jetzt ein bisschen ok warte ich muss das schneller machen ok das geht echt glaube ich mal wenn ich es mal schaffen würde ok du bist schon da was was machst du denn du musst hier weiter steigen maul über die ganzen Druckplatten drüber und dann hier hoch ich weiß was ich machen muss aber so geht es viel schneller weil anders schaffe ich es nicht ich hasse das Teil hier ne ich spring jetzt einfach da drüber ist mir egal aber das ist ja eigentlich auch nichts in der Sache so wo opening cake wo warte team und cake anscheinend nicht ich hab zu ich hab nämlich schon wieder Hunger ne ich hab auch Hunger oh gleich essen weil das ist ein bisschen eine Verarsche die sagen hier zwar Finger weg vom Kuchen und zuerst die Türe hier öffnen aber wenn wir jetzt die Türe öffnen oder gehen wir mal schlafen äh falls falls wir mal sterben sollten weil wenn wir jetzt gleich haben wir schon siehst du jetzt können wir kein Kuchen mehr essen ok was ist das für eine Kiste ja mal warte kann man nicht rum warte 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 mach du auf na geh du ok so weil da ist ein Feuerzeug drin die Wolle abbrennen oder nee das hätte ich jetzt nicht gedacht du Schlaumeier ah ok das ist das Level ähm ja das ist wie geht das jetzt nochmal oh man wie soll ich mich rüberkommen was ist hier oben kann man hoch ja warte ich muss hier drauf stehen ok warte was ist hier hat sich jetzt bei warte mal ich fackel mal hier die die Wolle ich hab weil das muss ich glaube ich tun hier steht zwar nicht nach oben gucken aber ich glaub das muss ich fast versuche jetzt mal bei dir rüber zu kommen ja da komme ich nirgends rauf das haben wir alles schon getestet hier muss doch irgendwas ja ich kann auch hier oben was bringt mir das gar nichts kannst du rauf nee ich muss doch hier irgendwie jetzt warte mal mach das nochmal so so genau jetzt kannst du hochschwimmen dann können wir den Knopf hier aktivieren genau und dann schwimmt das nämlich da runter und ähm jetzt muss ich die ich jetzt muss ich da du musst da draufstehen hallo oh du bist dumm wie Stroh ohne Scheiß vielleicht doch mal ja hundertprozentig ne das ich ja sonst sonst fließt das ja hier ok hier drauf weil hier ist Lava und dann kommt das Wasser hier raus und das müssen wir dann auf der anderen Seite schon nochmal da hast du schon recht aber jetzt zuerst da okay so jetzt warten kurz es war mir einfach ein bisschen bis hier die das was ein bisschen hast gehört hast du gehen aber ich schau jetzt um er ist ja auch gleich das auf der anderen Seite das Wasser können wir jetzt hier weiter oder ne ne wir müssen hier nochmal das machen was denn komm mal runter hier ich komm mal runter Günder ja so jetzt müsstest du hier rauf kommen ja ok so geht das also hallo mach mal hier was ist das hier ja drauf stehen einfach ja das rinkt dann da durch und kommt dann ähm da unten bei der Lava raus so dass wir durch latschen können so das müsste schon genügen siehste oh wonderful so das vierte Level wäre geschafft ich brauch mal wieder Cake ok hier kann ich das ähm Feuerzeug ey du hast doch schon eins ja aber da steht aufladen achso hier werfe ich das rein dass das ich ein neues ich hab das ja nicht ich hab das nicht gesehen sorry passt schon ok hier drin ist warte mal wir müssen wahrscheinlich hier rauf dass das wir hier dann die Wolle anziehen können könnte mir das mal vorstellen komm mal mit hier ah hier ist auch Wolle sind das mal an hier oh je sind mich hier selber an toll gemacht so ach so ach so dahinten dahinten sind schaltet meinten okay die müssen wir wahrscheinlich alle umlegen okay du leckst den um ich mit mal den um ich stehe an ihr kommt jetzt kein Wasser mehr damit sie doch gehen und denken wir unten die Wolle also jetzt mit Feuerzeug weg machen gleich das 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 steht hier das ja leute er soll ich geben mal check the code alles im Kekum ich würde es nicht untergehen die du mal darauf die können wir nicht diese bis ins hier du musst mir sagen wahrscheinlich müssen müssen alle Prozent unten sein weißt du wie ich meine damit nein falsch den nächsten wieder nächste noch mal nächste die ist jetzt falsch was er sage einfach ja oder nein stimmt also jörg ist ein Jahr der letzte so gut okay so muss jetzt müssen es funktioniert die Tür auf geht opening Kekum warte mal hier voll essen mach ich auch so leute wir machen 20 minuten folgen das heißt wir sind jetzt bei 30 minuten das heißt es geht jetzt noch 5 5 ne es gibt jetzt noch ungefähr 7 minuten so hier kann man das Feuerzeug wieder aufladen das war entschuldigung das war ein extra Prozent kein Versehen mit egal um die Grenzen Feuerwehr Ok was ist hier los Ok You are not finished Ok Geh mal da rauf Auf irgendeins Nee Komm hierher Geh die Leiter auf Ok Ok was siehst du da oben Im Sand mit Fackeln Ok ich drücke jetzt Irgendwelche Knöpfe Und wenn du noch Kuchen willst Ich drücke jetzt irgendwelche Knöpfe Und dann müsste eine Zahl erscheinen Steh auf dieser Seite Wo ich jetzt stehe Und schau da runter und dann sagst du mir Die Zahl quasi Ok pass auf First Zwei Ok Ok 2 8 2 8 Was Sollte das Machs nochmal Sollte denn das jetzt sein Wahrscheinlich ne 1 Ja dann ist ne 1 2 Jetzt kannst du runterkommen 8 Stimmt's 1 Good Job Jo Jo Stimmt Soll ich muss sie Auch sich hin Ja da daneben hallo Was geht mit dir Das war jetzt so offensichtlich Wollen wir nicht Knochen essen Wollen wir nicht Gleich mal weiter hier Wollen Knochen Wie bitte Jetzt Kuchen Ok Eh Was ist hier drin Ich glaub das sind so ein Dispenser Das hat mich auch schon gefragt Aber Erfnend kann es denn glaube nicht ne das ist nur noch ein Stück glaube ich ich hungere mich mal ein bisschen ab ja du nicht es ist nur noch ein Stück da oh ja okay ja das hat es nicht gebraucht mein Zimmer ist schon wieder heiß wie Sau auch geht das Level weiß ich auch wie es geht wir müssen einfach hier ein Kies runter bringen und das ist ganz einfach du gehst jetzt mal da die Treppe runter hoch runter ich habe gedacht diese das wäre hoch und jetzt und jetzt das sind Überraschalter ne ja und jetzt schau mal wo mein Name ist und stell dich dir genau darunter ja diesen Knopf drückst du jetzt bitte und jetzt drückst du diesen genau an der Ecke jetzt drückst du noch mal den was du als erst gedrückt hast hier und dann müsste hier ich muss drauf kommen Schöterloch das hätten wir geschafft okay das achte Level gleich mal essen okay ich habe keinen Hunger aber egal okay wir müssen beide gleichzeitig diesen Knopf drücken jetzt weiter und hier ich muss noch niemand äh das keine Ahnung guck mal auf deine Fackeln brennt die nee schalten wir da den Hebel um jetzt ist meine ausgemacht warte mal okay jetzt haben wir beide aus glaube ich jetzt brennt meine mach warte jetzt mach ich deiner mach du es meine an lass mal ist deine an ja nein jetzt nicht ist sie aus ja leg doch mal schalten die müssen glaube ich alle aus sein mach du mal ok so ok geht zum nächsten ok die passt die passt meine brennt ja das meine brennt ok da passt so ok ok okay das sind die jetzt nicht aber gehen wir mal schlafen und wir haben schon wieder 18 Minuten 20 das heißt es ist gleich wieder vorbei Mami so weiter geht hier kommt schnell schnell ok der wo eine Aufnahme macht sollte hier lang dann gehe ich mal hier lang drücken drück drück mal rot rot oder hast schon irgendwas gedrückt jetzt habe ich hier rot gedrückt hast du rot gedrückt dann lauf mal über irgendein eine druckplatte ok jetzt drück mal orange und lauf noch mal über die druckplatte ok jetzt drück mal gelb und lauf noch mal über die druckplatte ok jetzt drück mal schwarz ok jetzt komm ich auch hoch sehr geil alle höhe ok drücken er es hat das traur ein Herz wir sind hier los sehr sehr geil gemacht wir gehen wir mal weiter schweiler kein Kuchen für uns so wir sind beim 10 level angelangt und um ja auch meine uhr sagt schon 20 minuten das heißt liebe leute ich verabschiede mich jetzt oder beziehungsweise wir wir hoffen natürlich dass ihr beim nächsten mal wieder einschaltet wenn es heißt let's play adventure maps und ja auch wiedersehen haut rein ciao 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 ciao